Alles klar! Auf in die nächste Runde! Mit Basti Maurice! Bei Basti ist glaube ich AFK. Oh, what up team! Ey, wir haben einen Deutschen mit dabei, ne? Einer auf B schon down, zweiter ist auf B drauf. Weiß der ist? Zweiter B down. Hey! Kennst du die Maps nicht? Oh Gott, da sind zwei! Die meisten Maps, Alter! Auch alle drei da? Okay. So, hier ist klar... Weil... Maurice macht Nace? Nee, nee. Nee. Wollt schon sagen, ey! Naja, ist gut. Müsste ich die ja schon wieder hier, ähm... Muten... Muten? No... Skiller... For... Bond. Was? Being... Bundeskanzler... Achso! Alles klar mache ich! Danke! Crashbang! Spiel mal, okay? Ah, ich bin rausgetappt! Nein, der ist low! Oh, der ist low! Oh, der ist low! Nein, der ist low! No, das ist low! Tschüss! Mein Kopfzug ist ehrlich! Hat die drei Klassen jetzt auch noch weg! Ramp! So, eigentlich müssten wir hier richtig aufrollen, Buster! Was ist das, ne? Eigentlich, ja... Neue Wert? So kann das passieren! Achso, ja, mit den Aufzugreifen! Das stimmt! Einer ist das auf jeden Fall! Und da kommt noch einer! Oh Gott! Was ist das? Woah! WHAAAT?! Was? Oh Gott! Zu früh geschossen! Nein! Nein! Das ist wahr! Du brauchst die Waffe so lange, bis ich schießen kann! Warum hast du überhaupt nachgeladen? Ja, weil ich drei Schüsse nachladen wollte! Ja, drei Bullets voll dream! Go full! Ich häng' dir an... an der andere Brust! Warte mal, wie was?! Ich häng' dir an... an der... an der Brust! Ich häng' dir dran! Ich kenn' dir nicht mal! Ja, alles gut. Brauchst du ja nicht. Das sind bestimmt, Alter. Ich hab eigentlich den Klima. Aua! Ich muss laufen. Das ist nicht gesund hier. Da jukst. Mann, Alter! Oh nein. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Die Luftpumpe liegt, mit einer Bockart, ne, ok. I like to move it, move it. Holy shit, Maurice. Ja, er hat noch 13 abgeholt, alles klar. Der Basti ist am Sling und... Sling, du, 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 du. Geht er erst mal auf den ganzen Bomben-Spot rum. Wo ist der letzte? Komm mit, der Mann. Mäh, du! Was ist das denn? Alter, Junge. Was ne Mucke. Nein, ich konnte dich nicht mit. Was ne Mucke, Digga, Alter. Da, 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 da. Go, 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 Basti. Go, 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 let's fuck them. Go, go, Power Ranger. Ach, Bro, Alter. Das doch zwei Stairs sind, Junge. Tschüüüüüüüüch. Du Stairs. ja das habe ich so cool das ist das welcher rumlungern was die neben dir passt nicht aufpassen das ist das problem ich bin nicht bei der sache jetzt wird es langsam dann doch wieder gefährlich ich kann mir gleich noch ein kuchenstück ich glaube ich bin mir gleich noch mal gulasch mit nudeln so lecker der beste soße klar er macht die tür auf kann oder hängt einer unter dem vier unter dem fenster hängt einer was auf der karte hat sich dadurch direkt unter dem fenster klick machen und es klickte dann nicht bei dem ach mein ich bin so bescheuert ab geht die post basti ne weiß bescheuert füttern die shop ich habe ich nicht bekommen warum wohl was ist aber auch ja ich bin auch der einzigste der stirbt der gibt mir auch noch jetzt er hat 45 spawn oh lol er gibt er mit granate hat der gerade echt deine ehre entwendet ich mir selber ja ich habe die granate gegen die wand geworfen die kam zurück oh Junge du bist der beste ich weiß nimmer ich weiß nimmer er gibt es nicht mit der granate selber ich kann die granate voll und bekämpft nicht ey oh shit hast du nochmal gut gemacht ja mann also besser ist das also besser ist das der basti immer ganz ruhig alter sonst werde ich auch noch Junge ohne scheiß ohne ohne jetzt jetzt nur auf zu rauchen ohne scheiß nö ok ja dann bist halt eben länger krank ok ja ok ist jetzt komplett gedrackt hier aus dem weg her da ist einer da ist einer ey sind die durchgepusht die sind durchgepusht ok ok moris ist wieder am cheaten ok ist der wahrscheinlich alles klar moris ist im hacken hier liegt ne waffe wenn jemand drauf der ist auch deutsch keine sorge ja aber wer war dies mit dir ja aber läuft ja aber läuft oder Double Deagle One Tap beide gegeben Weissmurf mann nicht einer der schreibt Hacking decoy ah das stimmt Tür und den grün die von hinten die von hinten das ist mir zu viel druck auf einmal 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 was soll das also die meisten waren A echt alles klar ja wenn nicht sogar alle nase kratzen weiter geht's einer kommt von mir von meiner ist oder was oh mein gott beide von der seite einer vielleicht einer vielleicht okay okay schön halt nicht mein Headset ist ein dann machst du nix okay das wäre lustig wenn der andere ihn auch noch aufgeschlafen hätte und dann die kleine Arbe für'n Teamkill missbraucht so ein Ohrenso und hat sich dann selbst umgebracht nein sie ist auf dem Spiel wie ehrenlos ich weiß nicht ich weiß nicht interagieren mit dem auch ich kann nicht schwenken sonst noch ab her auf b geht ab b nein nein nase easy Runde easy Runde fast sie machen ja was weiß ich denn machen wenn er mich wund läufst du wie ein Wort da rein alter ich wollte mich da nase stellen Das war jetzt nicht besser. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist aber ganz gut. Schafft er nicht. Ne, schafft er nicht. Na, mit Diffy, das geht. Ja, aber ich hätte mal nichts gehört, wenn du dich da bist. Alles klar, der ist tot. Ey, die Mülltonne, äh, die Mülltonne genau. Mann, auf Klo! Mülltonne, Mülleimer, jetzt geht's los. Wollt's go, Wollt's go! Wollt's go! Wollt's go? Oh, schade. Da, da, da. Klar, wie ist er? Komm, komm fort. Aber ich bin mal weg. D. Der Jude, er muss brennen. Bruder, das muss ich rausschneiden. Was ist los bei dir? Macht er eh nicht. Muss ich, glaube ich, sogar. Das war wirklich sehr krisch. Fuck, jetzt habe ich eine Abo gekauft. Wollte ich gar nicht. Oh mein Gott. Let's go. Aber... Könnt ihr mal sehen, so viel auf B los, aber auf A quasi gar nichts. Da gehe ich mal an, der die rettet. Ah, immer gerne. Ah, hinter mir. Fuck. Der ist halt vollgeflecht. Scheiße. Maurice, mal auf. Da kommt einer nach rechts. Was? Basti, was machst du da, Junge? Beteilige mich nicht mal, ja? Hä, ich glaube, muss doch gar nichts machen, Maurice war am Leben. Wow. Okay, alles klar. Muss nichts machen, Maurice war am Leben. Oh, okay. Na, ey, okay. Ich hab die, warum wir doch verteilt, richtig? Stand doch daneben. Ja, 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 komm. Komm, ist okay. Reiner ausreden, weißt du mal, ja? Nicht so, Alter. Alles klar, okay. 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 Und jetzt will ich sehen, wie du den wegknallst da oben. Ich kenn mich hier gar nicht mehr aus. Jetzt. Ich kenn mich hier gar nicht mehr aus. Keine Ahnung wo es äh Dings sind Boah Das ist genug Zeit Wenn ich die Corners wüsste hätt ich ihn gefickt Bist du? Guck mal morgen auf dein Konto ein bisschen gelb Ja bisschen Tablet du weißt Morgen Morgen Was? Aha sag ich dir gleich zeig ich dir Ja alles klar oben auf der Kiste ey was ist Bock doch nicht Nö kein Bock Jungs let's win this Ja dann steig ich mal an Okay Okay Ich will nicht mehr wisst ihr das? Ach das sind 4er Pre-Mates sogar Lull Heeeex Ich hab gedacht der läuft mir voll rein in den Schuss Eigentlich war der auch drauf gewesen meiner Meinung nach aber Meiner Meinung nach Ich hab so komisch gemoved noch das hab ich nicht getroffen Jetzt haben wir die geilere Seite Hex doch Hex, 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 Easy Hex, 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 Beziehung und Sohn Ich mag dich so So NICHT Manche Leute haben einfach nur ADHS Der Counter-Strike ist ADHS Ihhh Okay Er hat auf jeden Fall ADHS Stufe 13 Alter 13 Oh nein ich bin grad mal 9 Ja du bist so Haa Granatenkill Nice Nice Digga Ich hab einfach mal durchrushen alter No fucks given Komm einfach rein da Du bist tot Ich hab keine Ahnung wo lang ich gerade laufe Oh Oh sorry bruh Na wo bin ich alter Ah ja T-Spawn Arm ist an B B Oh Gott der letzte ist bei mir äh B Bei der Bombe Steh ich in der Kiste Da hinten Ja Malul Er fällt runter I believe I can fly Wuuuuh Ich hab erst genau 1000 abgeschossen Wobei ich drauf Warte Ja 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 Mori ist doch nicht mal aufpassen Der Skiller Benni könnte dich töten Ey übertreib nicht Okay Joggo Okay Joggo Bruder was kaufe ich denn Ah ich bin überfordert Digga Digga immer gut Grenade Wer hab ich hier? Oh fuck Ramp rushing to a a a a a Okay we coming Der keiner ist auf alle Vögel We come to a 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 Wir alle werden jetzt sterben Oh he is dead Oh he is dead The god We at last Here is the game Here is my bomb Eeeh Nope Nope Banny Nope Nope Nom namna entertaining Boah MVP auf B And let's go ma Friend Komp ma would Yaaaa Andy Update Guck mal, ne Nate, jetzt kommt mal P! Schiff. Oh, okay. Das war nicht extra, das war echt Missglück. Hey, das war nicht extra, Digga. Drei, zwei, eins, run. Die haben keinen Bock, die sind oben. Sehen wir wieder. Hey, die sind oben. Grün schmeißen wir an Molly da rein. Ich hab Angst, ich weiß nicht. Schmeiß mal. Nice, Bruder. Durchwand. Noch einer. Sorry, ich hab keinen Aim. Warte chill, chill, chill. Nein. Geht doch gar nicht, oder? Geht doch gar nicht, oder? Nein. Mein MVP, Bro, no! Hä? Gib mein MVP, please. LOL. GIB MEIN' AVP, MANA! Nein, das wollt ich nicht. Ich hab meine scheiß Waffe. Hey, hol ich auf den Hut. Hallo? Das war meine. Hey, seid ihr wie hin? Chillt jetzt mal. Ich hol jetzt A's auf D. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Da hat noch keiner. Oh, Mann, Alter, wo sind die denn jetzt schon wieder? Ne, ne, ne. Egal, ich hab drei Leute gerissen. Hängen irgendwo unten. Ramp. 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 Wieso lasst du nicht vorne hinten kommen? Ne. Da. Man kann auch rechts raus, ne? Also, würd' ich aufpassen. Digga, wenn du rechts sagst guck ich dich da rechts am Alakon. Ja, natürlich. So wie du grad eben bei mir Zeit, ne? Digga. Die Zeit, ach so viel Zeit. Meine Güte, Alter. Dieser Hals, der f***t mich nochmal mal am MP9. Die gehen sowieso wieder A, ich geh jetzt auch A. Ich geh jetzt B. Die trauen sich doch gar nicht B zu kommen, die Nups, alter. Alter, du kommst ein Bison, ist ja ne Schande. Alter, willst du P90? Ich komm ran! War falsch. Warte, ich mach dir den Stolz. Ah, will ich sehen jetzt. 1 und 2. Was sind die, Mann? Ich seh keinen. Ja, weil die auch da sind und jetzt da, close. Ja, kommen die hier? Ja, ich denk mal nur. 3, 2, 1, Step. Ich hab gesagt Step. Als ob die jetzt Ramp gehen. Gehen sie nicht. Das sind die 3 Punkte aber nicht am Start hier. Nope. Nope. Wie viel gieb ich ihm? 42. Piece of. Aimblock is fuck, ja, alles klar. Oh, ey. Ey, er provoziert halt auch nicht. Ja, ist halt schön. Ich bin schon wieder ausgetappt. Ich verstehe es nicht. Ich bin so bad. Ich bin so bad. Ich bin so bad, Junge. Ja, jetzt throwmen wir das auch noch. Es ist euer Hand. Ja, machen wir, machen wir. Ciao. Ja, da kann man nichts machen, ne? Hört man mich denn im Game nicht? Ja, doch, schon. Nein. Jungs, hört ihr mich nicht? Doch. Wir hören dich. Die können aber nicht verlieren, diese Finnen. Ja. Ich blüte mich mal in der Kuhnacht. Alles klar. Na, und geht's wieder ab hier? Die Kombi. Oh, wir kommen auf den Stash. Habe ich ihn? Im Blind. Ja. Oh, ich habe ihn. Let's go, boys! Alter! Ba, 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 ba! Meine Fresse, Alter! Boah, ich habe geiler Ecke. Guck mal, ich habe mich wieder verkauft. Du hast nicht verkauft? Ja, zweimal P90 und einmal B-Song gekauft, Alter! Zweimal P90 und einmal B-Song. Naja, selbst die Mutter lacht dich aus, ey. Ja, ja. Ich denke auch. Die sind doch wahr, ne? Oh, Bruder. Das sind A, ja? Cool. Hey, wo sind die denn? Du weißt selbst nicht, wo die sind, doch. Halt zum Maul, Alter. Ja, sag mal aber doch nicht A, Alter, hier los. Jetzt n Profi. Sind doch so am Teesborn am Chillen, äh, Dixi-Klo, Alter. Schön kacken, ey. Ah, da sind die Teesborn. Ach, ja. Oh, ich hab echt Angst, Alter. Ich mach locker hier Duck. Chicken-Taktik, Alter. Alle ducken. Ah, ja. Sind die echt. Alle Teesborn. Hinten in der Ecke. Lasst die doch kommen, Alter. Hallo? Wie macht die denn da? Keine Ahnung. 20 Sekunden noch, würd ich sagen, ne? Ja, echt. Wir machen das noch. Ne, wir müssen die AB kommen, dann, ne? Die drei sind schon unterwegs, du B. Gehen A? Okay, okay, okay. Schauen wir den hier, glaub ich nicht. Der ist gehintet. Der plantet die Bombe nicht. Nicht mit mir, Alter. Äh, jetzt auch, auch wenn ihr ihn nicht holt, dass er das nicht schafft. Der plantet die Bombe hier nicht auf meinem Spot. Sooo nicht, mein Freund. I like them move it, move it, I like them move it, move it. Komm, jetzt bestimmt gerusht. So, also komm. Warte auf sie. Ah, ja. Ja, sind die auch. Oh, jetzt sind wir am Gammeln oder was? Naja, egal. Ja, oh nice. Ich habe drei Kills gemacht. Oh yeah. Break no skills, please. GG. Get fucked, my friend. Und dabei hätten die das eigentlich echt gut noch gewinnen können. Mhm. Oh, die sind... Ey, die sind... Ah! LOL! Ja, war doch klar. Haben die sich alle da reingestellt? Ja. Das war massen Grab, Alter. Jawoll, Alter. Alter, das ist geil. Das hat er gar noch nie gesehen. Pauf mal hier Brandgranaten, Alter. Lass mal die verbrennen, ey. Lass mal alle Molli reinwerfen. Molli rein, Jungs. Lass mal alle Molli reinwerfen. Molli rein, Jungs. Lass mal alle Molli reinwerfen. Er hat den der Taser nicht geschafft. Alles klar. Das war ein nice Game. Let go. Und bitte uprank, bitte uprank, bitte uprank, bitte uprank, bitte uprank, bitte uprank, bitte uprank. Jetzt kommt sie. Bitte uprank. Danke. 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 Ja, uprank! Yoo-hoo! Nice. Okay, let's game.